Hi, schön dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir eines meiner Lieblingsöle. Das sage ich wahrscheinlich fast bei jedem Öl, aber die meisten liebe ich auch total. Es gibt nur ganz wenige Öle, die ich jetzt nicht so toll finde. Abundance ist definitiv eines meiner absoluten Lieblingsöle. Es ist ja so, wenn man so eine Abneigung gegen Geruch hat, dass man dann einfach noch so ungeklärte Emotionen, ungeklärte Glaubenssätze in sich hat und dann einfach was ausgelöst wird, eine Erinnerung, wo man dann einfach so eine Abneigung hat und denkt so, der Duft, das ist so gar nicht meins. Aber dann weiß man, okay, das sind vielleicht noch Themen, da muss ich noch dran arbeiten. Und ja, Abundance ist für Fülle und da haben ganz viele Menschen einfach noch so ein Problem, weil man oft schon von klein auf gesagt bekommt, Geld ist schlecht, Geld verdirbt den Charakter und ja, es wird einfach gar nicht so gesagt, man soll in Fülle leben und es ist eigentlich ein Geburtsrecht, dass man in Fülle lebt. Das betrifft ja eigentlich nicht nur die finanzielle Fülle, sondern es betrifft ja eigentlich alles so im Leben. Fülle ist ja nicht nur, dass man jetzt reich ist, sondern es geht ja auch um Liebe, um emotionale Fülle, Glück, dass man einfach ja in der Fülle lebt und alles in sein Leben zieht, was einem glücklich macht. Dazu gehört eben auch Geld, Menschen, Liebe, Glück, Wohlstand. Das sind alles so Dinge, die man eigentlich ja gerne in seinem Leben hätte. Ja und Abundance kann ich einfach dabei unterstützen, nach dem Gesetz der Anziehung Dinge in dein Leben zu ziehen, die du gerne in deinem Leben hättest. Am besten ist es, wenn man sich so Routinen entwickelt und Affirmationen können auch eine Verstärkung bewirken, zusammen mit so einem Duft, dass man einfach alle Sinne anspricht und sich einfach sagt, ich liebe mich, ich bin ein Geschenk für die Welt und ich ziehe alles in mein Leben, was mich glücklich macht. Du bist ja, was du denkst und was du denkst, ziehst du eben auch in dein Leben. Deswegen ist es ganz wichtig, immer positiv zu denken und einfach die Menschen in sein Leben zu ziehen, die einen glücklich machen, die Gefühle in sein Leben zu ziehen, die einen unterstützen, bestärken und eben auch finanziellen Wohlstand einfach in sein Leben zu ziehen, um einfach Gutes zu tun und die Dinge machen zu können, die man möchte und die andere Menschen dann auch glücklich machen und natürlich auch einen selbst, weil Selbstliebe ist einfach die Basis auch fürs Geben, für andere glücklich zu machen, um überhaupt lieben zu können. Also ich habe Abundance von Anfang an geliebt. Ich finde den Duft einfach genial und ich nutze es eigentlich wie so eine Art Parfum. Ich nehme dann immer so einen Tropfen und mache mir das hier so hinter die Ohrläppchen, weil ich es einfach total genial finde, immer den Duft so in der Nase zu haben. Man kann es natürlich auch in Diffuser machen und einfach im Raum vernebeln. Dann hat man auch, ist man immer in so einer Wolke der Fülle und zieht die Fülle immer mehr in sein Leben, in seiner Wohnung, in seinem Haus. Es schafft einfach dann schon einen Raum von Fülle und Wohlbefinden. Man kann natürlich einfach auch so dran riechen und es unterstützt einfach das Gefühl von Fülle. Da ist Orange mit drin, Weihrauch, Patchouli, alles sehr kräftige Öle. Patchouli ist ja auch so ein Öl, das mag nicht jeder so, weil es sehr erdig ist. Aber ich finde diese Kombination und die Mischung, die ist einfach perfekt und ich finde sie fruchtig, erdig, angenehm und es riecht schon so nach Fülle. Probier es mal aus. Ich würde mich freuen auch über ein Feedback, wie Du es findest, wie es für Dich riecht, ob Du es magst oder nicht. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschau!